Sein viertes Argument. Ich höre auf zu beten und komme nicht mehr zum Thron der Gnade. Ich finde es so unfassbar, was er für Argumente anführt. Ich meine, er lehrt so eine glasklare, glasklare Werksgerechtigkeit. Du musst dich heiligen, du darfst nicht Jesus verleugnen, du darfst nicht irgendwie zurückfallen, wenn Verfolgung kommt, du darfst keine Sünde dulden, du darfst nicht dein schlechtes Wissen ignorieren. Ich meine, es ist so eine glasklare Werksgerechtigkeit. Er macht seine Errettung von sich selbst abhängig, was für eine verdammte Irrlehre. Ich höre auf zu beten und komme nicht mehr zum Thron der Gnade. Hebräer, das sind jetzt die Stellen, die er anführt, Hebräer 3, Vers 6 und 4, Vers 16. In Hebräer Kapitel 3, Vers 6 heißt es, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Keine Ahnung, was das hier zu tun hat. Mit seinem Argument, ich höre auf zu beten, komme ich nicht mehr zum Thron der Gnade. In seinem kranken Gehirn hat das irgendwas zu tun mit seiner Errettung. Dass er, er darf eben nicht aufhören zu beten. Er muss also offensichtlich immer wieder beten, um gerettet zu bleiben. Immer wieder Gnade finden. Er muss aus seiner Sicht anscheinend immer wieder gerettet werden. Aber wir werden nicht wieder und wieder und wieder geboren. Wir werden nur einmal wieder geboren, sind wieder geboren, sind Gotteskinder, kommen in den Himmel, Punkt, komme, was wolle. Einmal gerettet, immer gerettet. Und ich habe schon genug Argumente angeführt. Und übrigens, guck dir meine Predigt an, einmal gerettet, immer gerettet. In 4, Vers 16 heißt es, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir beim Herzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Einfach die Aufforderung, weil Gott unser Vater ist, mit Freimütigkeit hinzuzutreten zum Thron der Gnade, beim Herzigkeit können wir da erlangen zu rechtzeitiger Hilfe. Es geht hier null um Errettung. Drei Versen aus dem Hebräer, wo uns immer wieder gesagt wird, dass Jesus uns ein für alle Mal gerettet hat, dass er ein für alle Mal sich selbst dargebracht hat. Hebräer, Kapitel 7, Vers 27, der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses letzte hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Jesus hat sich ein für alle Mal dargebracht. Wir müssen nicht immer wieder um Gnade bitten. Wir müssen nicht im Sinne der Errettung, weil sich Jesus nur einmal dargebracht hat. Es ist eine einmalige Sache, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Genauso werden wir auch nur einmal gerettet. Aber Jürgen Fischer sagt, dass du nicht aufhören darfst zu beten. Das ist unfassbar. Hebräer 9, Vers 12, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das ist ein super wichtiger Vers. Er ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, hat eine ewige Erlösung erlangt. Wir sind ewig erlöst. Jesus hat für uns eine ewige Erlösung erlangt. Wir sind ewig erlöst. Wir sind einmal gerettet, immer gerettet. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Ewig bedeutet ewig. Wenn ewiges Leben doch wieder ein Ende hätte, wenn unsere Erlösung doch wieder ein Ende hätte, dann war sie von vornherein nicht ewig. Dann hätte Gott gelogen. Aber Gott kann nicht lügen. Jesus ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, hat für uns eine ewige Erlösung erlangt. Ein für alle Mal. Glaubst du, dass sich Jesus noch ein zweites Mal darbringen wird, wenn du glaubst, dass du wieder errettet werden musst? Jesus hat sich nur einmal dargebracht. Du kannst nur einmal gerettet werden, weil Jesus schon getan hat. Er hat schon das Opfer dargebracht. Er hat sich schon selbst dargebracht. Hebräer 10, Vers 10 Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Und das ist wirklich der eindeutigste Vers zu dem Thema. Wir sind geheiligt. Wir sind schon geheiligt. Im rein spirituellen Sinne. Es geht hier nicht um unseren Wandel. Es geht um unseren Geist, um den inneren Menschen, der schon geheiligt ist, der schon gerettet ist durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für alle Mal. Das heißt, wenn du einmal geglaubt hast, dann bist du geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für alle Mal. Du bist ein für alle Mal geheiligt. Du kannst nicht wieder geheiligt werden. Du kannst nicht wieder verloren gehen und müsstest dann wieder geheiligt werden. Es ist ein für alle Mal.